Das machen wir ja vor. Film da ja? Ich bin ein Antiklimaklima. Oh ja doch! So! Reicht nicht ein Toter, was? Spinn! 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 Du kannst ja auch hier raus! Da ist doch Mist! Ich darf doch mal wegfahren, sei du beschwollern! Fähre deine Tasche, du bist toll! Du auch! Das ist nicht oder? Ich hab Schnauze voll! Mann, ich! Geht doch einfach mal alle arbeiten! Meine Fresse! Das ist doch scheiße! Geht doch lieber richtig arbeiten, dann wisst ihr, was ihr da tut! Die Schnauze macht doch nix, Mann! Ich hab euch gefasst und denkt, ihr seid wunderschön, seid oder was? Geht nicht da jetzt! Geht nicht da! Geht nicht da! Geht nicht! Geht nicht dorthin! Ist doch okay! Mach dein Demo, mach ein Festkorridor auf! Mach dein Korridor auf und geh da hin! Du lässt sich nicht die anderen Menschen! Du nimmst die Freiheit von den anderen gerade! Die Leute, die nicht zur Arbeit kommen, oder beim letzten Mal, die Hirntoten, die tote Frau, nur weil er so behindert hat, dass der Krankenmann nicht durchkam, also das ist nicht korrekt, Keule! Verpest dich! Verpest dich! Hallo, leider! Und du bleibst da! Bleib dort! Das ist ja nicht normal, was hier macht, Mann! Ich hau dir in die Fresse, du Arschloch! Ich hau dir so in die Fresse! Was sagst du hier? Geh arbeiten! Untertitelung. BR 2018